Es liegt in der Natur der Dinge, dass sie sich verändern. Und es liegt in der Natur des Menschen, sich an diese Veränderungen anzupassen. Denn ohne den Wandel gäbe es den Fortschritt nicht. Fortschritt, der wiederum die Welt um uns herum verändert hat, indem er Technologien komplexer, ihre Bedienung einfacher und ihre Anwendung mobiler gemacht hat. Sodass wir heute alle zu Zeugen einer Revolution werden. Eine, wer der alles miteinander vernetzt ist. Der Mensch, die Maschine, das System. Und alle Komponenten kommunizieren durch digitalen Datenfluss. Daten, die uns mit cloudbasierten Systemen überall und immer zur Verfügung stehen. Und Daten, die wir, richtig ausgewertet, nutzen können, um Abläufe zu optimieren und automatisieren. So entstehen neue Erkenntnisse, die wiederum zu neuen Lösungen führen. So entsteht digitale Transformation. Eine Transformation, die auch von uns Veränderungen verlangt. Neu zu denken, anders zu handeln, mit zu formen. Dann und nur dann wird es uns gelingen, aus digitalisierten Geschäftsprozessen neue, smarte Services zu entwickeln. Denn den Wandel vom guten alten Steuerbüro zur hochmodernen, smarten Kanzlei wollen wir nicht einfach abwarten. Wir wollen ihn gestalten. Schließlich liegt es in unserer Natur, dass auch wir uns verändern. DATEV – Zukunft gestalten – gemeinsam